Mein Sohn Bolle, Björn, hat auch schon Björn-Haut, ja, hörst du ja nur noch, hörst du ja nur noch Björn-Haut, für den der es hat, schlimme Sache, aber das hat ja jeder, ne, Mama ich hab Björn-Haut, auch Peter, warte doch wenigstens die Einschulung ab. Es hat einfach jeder, es ist zu viel, aber, aber das haben wir, soll ich dir ganz, meine ich jetzt ganz im Ernst, hat noch nichts mit Copic, das haben wir uns selber gemacht, unsere Generation, die Zivilisation, wir sind ja zivilisiert, Fremdwort, stinkt faul, wir sind zivilisiert. Du warst doch oft bei den Estimors. Stimmt, ja. Die haben kein Björn-Haut, die haben was zu tun. Die müssen, die müssen ein Iglu bauen, was, du hast das erlebt, ne Robbe auf Zimmertemperatur lutschen, die machen was. Ja, die haben keine Zeit für Björn-Haut. Ist es denn nicht so? Guck doch in Australien, die Ab-Originalen, die haben immer eine Beschäftigung. Ja, da wird Feuerholz geholt, da werden sich die Ratsch-Tatter-Locken gemacht, dann sind sie auf ihren Diger-Diger-Dudes, spielen sie rum und gehen auf die Jagd mit ihren Bumsarans. Die machen was. Bumsarans. Die krummen Dinger, die immer, wenn du wegschmackst, kommen, wie eine Frisbe, für Leute, die keine Freunde haben, das Ding kommt immer zurück. Das ist doch nicht weiter. Aber es ist, muss ich ja selber machen. Ja.